Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab April 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 75 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 750 Euro. Wir freuen uns die näher zu informieren. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann.